Facebook war mal wieder etwas übergriffig und hat im Profil die E-Mail-Adressen der Nutzer geändert. Wie Sie das rückgängig machen, zeigen wir Ihnen jetzt. Sie gehen auf Ihrem Profil auf Info, Kontaktinformationen, klicken Bearbeiten. Es erscheint das Fenster, wo Ihre E-Mail-Adressen eingegeben sind und hinten steht in der Chronik verborgen oder in der Chronik angezeigt. Die Facebook-Adresse, die Ihnen zugeteilt worden ist, klicken Sie einfach in der Chronik verborgen und gehen auf Speichern und schon verschwindet die E-Mail-Adresse aus Ihrem Profil.